Aldemar HD Toll Hier sind wir wieder Hey Leute, hier ist Aldemar mit Kingdom Come Weitem Text Und zwar waren wir zuletzt im Schatzsuchen und so Und ich hatte ja einiges gefunden etc Und habe jetzt dafür Ich habe alles verkauft Ja, fast alles Ich habe behalten nur Warhouse Schuhe Ja, weil die sind ganz schick Die wollte ich behalten Wir haben das Warhouse Gamison noch von Anfang irgendwo gefunden Die haben wir erfolgreich selbst uns verdient Die vernähteten Handschuhe Den Lederwams auch, den haben wir behalten Das haben wir aber auch gefunden bei den Banditen Sonst eigentlich großartig gar nichts Ich habe Biancas Ring verkauft und den Silberring behalten Hoffentlich ist das keine Auswirkung später Ähm, ja Waffen Ich habe den Seelenschlitzer gekauft Das ist eine Stärkewaffe Es gibt ja Agilität, Kurzschwerter Und noch, ich glaube noch Langschwerter auf Agilität Die sind halt schnell und haben viel Stich Ja, viel Power im Stich Aber die Stärkeschwerter haben mehr Auf Wucht Schlag Und ein bisschen mehr auf Wucht Vielleicht eine oder zwei Ähm, und Verteidigung ist ziemlich hoch Ich glaube, dass das dafür sorgt, dass wir viel besser Äh, mehr Zeitraum beim Blocken bekommen Wir werden es sehen, ja Wir sind doch ziemlich schmuddelig Rüstung ist repariert Aber nicht was, äh, alle anderen Sachen betrifft Müssen wir mal gucken Ich habe einen Lederwams jetzt an Aber im Großen und Ganzen sonst gar nichts anderes Ich habe mal geguckt, ob ich mir Rüstung kaufe Aber habe es dann doch gelassen Äh, ich würde gerne Kohle ins Pferd investieren In ein neues Pferd Oder in, ähm, essen wir mal gerade was Oder Einfach nur Equipment vom Pferd Ja, weil wir mögen ja unser Pferdchen Wie auch immer So Weil wir jetzt hier sind Gehen wir mal eine Runde baden Und dann gehen wir mal zum, ähm, Schneider Wenn er jetzt schon auf ist Und dann laufen wir jetzt endlich durch die Stadt Und nehmen mal alle Quests an, die wir da noch haben Und vielleicht klauen wir die 50 Roschen von dem einen Wachmann Wenn wir es schaffen Wir werden es sehen Ja Erstmal baden Dann zum Schneider Es wird mal wieder Zeit Und dann alles andere Wir müssten nicht mehr so oft zum Schneider Wenn ich endlich mal Plattenrüstung tragen würde Oder irgendwie sowas Aber ich will eigentlich ein bisschen agil bleiben Ich will nicht zu heftige Sachen anziehen So eine Brigantine ist ja eigentlich Nun jetzt nicht so schwer Willkommen, Heinrich Aber geht ja jetzt ziemlich schwer Naja, gut Äh, lass uns handeln Nein Was kann man denn hier kaufen? Dienst in Anspruch nehmen Äh, ich möchte einen Bart nehmen Und meine Kleider reinigen Ich möchte meine Wunden versorgen lassen Reinigen Ein Bart Das lässt sich Äh, zahlen Gut Bitte sehr Wir haben 2400 Oder 4000 Wir sind reich Ich nehme mich niemand Niemals jemand gefangen So Wie sehen wir denn jetzt aus? Ach, gereinigt Sehr schön Jetzt sind die Klamotten aber noch Man wird ein bisschen zu schnell dreckig Meiner Meinung nach Ich finde man sollte erst reich werden Wenn man ins Wasser läuft Oder so Na gut Aus dem Waden Pöbel Powern Gepackt Gezeugt Step on Volle Kanne Hoshi So Ich glaube wir machen jetzt erstmal eine Esmer Schneider Weil der Typ Geht immer Der Sein Laden ist immer nur ganz kurz auf Weil der will lieber schlafen Als irgendwas anderes zu machen Aber Hier am Rathausplatz Sind wir die Performance am Sterben Aber noch null hier So Rein da Da Ich wusste es Na gut Okay dann Ich weiß dass hier eine Quest ist Da Guck Aktivitätengeber Dann gehen wir mal zu dem Sehr schön Jetzt haben wir mal richtige Handschuhe Ich habe das Schwert noch nicht ausprobiert Hier gibt es doch irgendwo den Übungstyp Und man kann hier Wettbogen schießen Ah scheiße Bestimmt die durchlaufen Bestimmt eine Hintertür Ha ich wusste es Hey benutze mein Haus nicht als Durchgang Äh Guck mal hier der ganze Wehrgang Ist das geil oder Ah unfassbar Ach Der Bettler hier Alex Wer ist das denn Guten Tag Wie kann ich helfen Wie geht es euch Könnte besser sein Sei froh dass Herr Ratz sich dich in seinen Dienst stellte Wie ich hörte gehst du sogar mit Herrn Karpon jagen Ach Das war nur einmal Ich bezweifle dass wir das bald wiederholen werden Ah schade Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten Bestimmt weißt du dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt Also dachte ich du könntest helfen Ich bin kein Wilderer Ich kann nicht Du meinst ich soll in den Wäldern für dich jagen Bist du verrückt Das ist Wilderei Nein nein So war das nicht gemeint Die Städter Gieren nach Wildbret Sie wollen leben wie die Blaublüte Verstehst du Ein paar Bürger haben mich schon gefragt Ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen Mehl Danke Heinrich Das weiß ich zu schätzen Der Schneider bat mich um ein paar Hasen Um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten Alles klar Ich bringe dir welche Hab Dank Du bewahrst uns vor dem Hungertod Festmahl für die Bettler Ja genau Geht er direkt wieder betteln Ich muss nochmal zum Jäger Wir müssen aber so viele Orte bereisen So Jetzt gehen wir nochmal beim Schneider vorbei Und dann Mal zum Jäger Hasenfleisch Bestes Fleisch Hübs Hübs Oh oh Alles in Ordnung Hast du wahren Hast du wahren Unfassbar Dieser Schneider Ich fasse es nicht Apropos Level Wir haben Level gemacht Das ist mir gerade eingefallen Da Schwert Stumpferschlag Zornhau Irgendwas mit Info Zuschlag Zuschlag Zusteich Ach guck mal Das steht aus welchen Richtung Ich das machen muss Ja Oh Gott Guck mal Zornhau Fehler Technik Guck mal Machen wir mal den Zornhau Wir können wissen was das generell macht Ich bin immer verwirrt Aber ich bin ja immer verwirrt Brot und Gebäck Frisch aus dem Ofen Und gescheit Oh ich will unbedingt unser neues Schwert ausprobieren Nun gespannt wie wir uns schlagen Jetzt erstmal hier Einen Questgeber Aktivieren Ich würde jetzt direkt in den Wald rennen und jagen gehen Aber Ah ich würde gerne diese 50 Groschen Taschendiebstahl begehen So Müssen wir zum Herrn Ratzik bestimmt Oder zum Herrn Nihanush Ich frage ob es hier unten ist Oder oben Ich habe jetzt genug Pfeile Ich muss jetzt nicht Pfeile klauen gehen Oh Mann Hier ist immer zum Kotzen Ducken hilft alle Hilft immer Hilft alles Ah Herr Kampon Ach der liegt ja immer noch Unfassbar Unser guter Neuer Freund Mit dem Ach der hab ich voll vergessen Sei gegrüßt Was brauchst du Wie geht es dir Herr Hast du dich erholt Ja Was immer mir das bringt Diese Langeweile Die einzige Lektüre ist die Bibel Und Harn schließt bis auf den Pfarrer Kain in meine Nähe Kannst du dir vorstellen Welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt Diese Welt ist eine Prüfung Sei bußfertig Er spricht mit mir als lege ich im Sterben Genau genommen als wäre ich bereits mausetot Heinrich Willst du mich nicht in die Rataia Bäder begleiten Ich brauche ein bisschen Abwechslung Bevor ich Staub ansetze Uh Ja Pff Klar Aber Weshalb die Bäder Tja Ein heißes Bad ist heilsam Das stimmt Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen Hast du jemals Clara gesehen Die Zuberdirne Eine Schönheit Wenn ich's nicht besser wüsste Würde ich meinen Ich wär verliebt Haha Na gut Warum nicht Wann willst du aufbrechen Gleich Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung Ich werde Gesellschaft haben Na gut Ich werde zu dir stoßen Wegen der Jagd Wegen der Jagd Na gut Na gut Ich geb's zu Ein Wildschwein mit einem Pfeil erlegen zu wollen Ist keine gute Idee Es war aber ein guter Schuss Du hast gelernt Höflichkeit Uh Sind wir nicht höflich Junger Mann Junger Mann Okay Dann haben wir das Aber erst zu Abend Dann haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen Okay Was haben wir denn noch Jetzt hier Ich weiß dass wir hier oben zwei Stück haben Dann gehen wir jetzt mal da hin Vielleicht sind wir noch ein paar Wenn wir durch die Stadt streifen Vielleicht können wir noch ein oder zwei Übungskämpfe machen Ich weiß dass wir hier mal Einen hatten oder zwei Das war der Bettler Stimmt Den wir jetzt eben gefragt haben Pebbles Ich will dich nicht eintauschen Pebbles Du bist das beste Pferd Ich weiß gar nicht Was ist Pebbles für ein Pferd Pebbles Pebbles Kopfrüstung Ach ja Krass Sattel Aber ich weiß nicht was Pebbles ist Pebbles Pebbles Was hast du für Werte Was bist du für ein Pferd Ich sehe keine Werte Geschwindigkeit 21 Mut 10 Kapazität 210 Ich sollte nicht immer so schnell nach Hause reiten Mit dem Gewicht beim Pferd Wir sind ja am Gas geben Ich muss unbedingt mal zu einer Schenkel Ich bin aber auch hier so Da haben wir auch einen Questgeber Sag ich mir jetzt mal hin Oder irgendwas ist das hier auf jeden Fall Ruhig Brrr Äh Wo weißt du mal Hier geht's rein Ein kaltes, kühles Bier bitte hier Guck mal, der da Reden wird Heinrich Gott sei mit dir Weißt du Weißt du ob hier jemand Meine Hilfe gebrauchen könnte Ja Da könnte es was für dich geben Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen Denn es ist der Henker Der Hilfe braucht Jedenfalls habe ich es so gehört Echt Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben Aber je mehr sie ihn meiden Desto mehr schwätzen sie auch über ihn Und das ist noch nicht alles Du bist der Sohn des Skarlitzer Schmieds oder Der Vogt kann dich sicher gebrauchen Er hat ein paar Aufgaben für die Skarlitzer Flüchtlinge Aber weiß nicht wer sich wofür eignet Hat erst gestern deswegen rumgejammert Und das ist noch nicht alles Berthold, unser Wildhüter Hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann Wow, Quests Cool, dankeschön Wow, das ist immer mal eine Info Nicht schlecht Hier ist der Wildhüter, ne? Hier links, genau, das weiß ich noch Zwei Ach, cooler Hof, Alter Schön hier Ach, guck mal, schick angezogen ist er Ach, das war ein hübsches Ach, guck mal, ein richtiger Jäger hier Toll Guten Tag Guten Tag Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Hallo? Perfekt Du brauchst mich nicht anzubrüllen Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt Und besonders gut hört Das sollte ich hinbekommen Also gut Mein Freund ist Vogelfänger Und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen Sie sind gute Handelsware Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen Besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen Verstehe Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen Okay Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir auf der Suche nach Vögeln im Wald herum zu flattern Nein, das nicht Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt Also können sie nicht weit sein Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik Ich habe hier Fallen Damit solltest du sie leicht fangen können Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern Da stehen eine Menge Kiefern Deshalb sollst du ja lauschen Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren Ich erinnere mich an die Melodien Ich singe sie dir vor Ganz kaum erwarten Die Melodie geht etwa so Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht Du weißt doch, wie es ist Die Fallen Leute sind eben seltsam Kannst du dir die Melodie merken? Hab's mir gemerkt? Ja, ja, ja Gut, hier sind die Fallen Vergiss nicht Sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus Nach einer Weile sollte sie hineintappen Wird gemacht Oh Mann, ey Oh Mann, ich kann üben Was kann ich denn üben? Jagen, Bogen, jagen, Bogen Kannst du mich im Bogen schießen unterweisen? Selbstverständlich Etwas Fortgeschrittenes erfordert Stufe 5 Ich möchte über die Grundlagen hinaus Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ich möchte die Grundlagen festigen Gut, aber nur gegen Silber 60, okay Also, pass gut auf Du hast verbessert, Bogen Ah Das ist ja praktisch Cool Bogen Kannst du mich im Bogen schießen unterweisen? Selbstverständlich Ich möchte über die Grundlagen hinaus Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Okay, das haben wir noch nicht Okay, wir sind noch nicht gut genug Ich denke Dann jagen Ich wäre gerne ein besserer Jäger Selbstverständlich Ich möchte die Grundlagen festigen Gut Aber nur gegen Jo Also Du hast verbessert Ja, cool Sehr schön Dann haben wir das auch Quest angenommen Hier oben war ich noch gar nicht drin Ach doch, der Hof Etwas laber ich da Stamm, stamm, stamm Natürlich war ich schon hier Oh, guck mal Hier haben wir ein Ach, schön Können wir direkt mal unseren Seelenschlitzer Ich würde den jetzt selber benennen doch hilfe Man soll auf den winkel achten aber ich weiß ja nicht mit der letzte schleifsteil bewegung außerdem müssen druck ich habe keine ahnung ob das gut war ich weiß es nicht ich hab's im stück jetzt gestumpft komm ich die kapelle Hallo! Ach guck mal der Herr Hanusch. Hey! Gott sei mit dir Heinrich Gott sei mit dir Herr Hanusch so das wir können auch einen Bogen Wettkampf machen das gibt's hier wohl auch Möke Gott mit dir sein Heinrich. Jaul. So da haben wir eine Quest und da haben wir noch diese 50 Groschen die ich die ganze Zeit klauen will So wer ist das denn hier? Vielleicht kann ich hier nochmal kämpfen das wärs doch eigentlich jetzt mit unserem neuen Equipment doch die Idee eigentlich Hallo Heinrich. Hallo du Lappen. Ach das ist der Herr. Es tut mir leid Bernhard Gott sei mit dir Trophäen übergeben Trophäen Ich habe Trophäen Ach die Banditenohren Sag her Das haben sie verdient Du holst halt nur mit echten Waffenübung ich würde gerne perfekte Schläge Übung Verteidigung Kannst du mir zeigen wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich Ich möchte die Grundlagen festigen Gut Zahl Also pass Verteidigung verbessert Das ist gut das ist super dann machen wir das jetzt auch mal alles Jetzt muss ich mal wieder neu mit dem reden Üben Axt Ich möchte besser mit Selbstverständlich Ich möchte die Grundlagen Gut Also So 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 Jetzt haben wir wenigstens eine neue Stufe bei Axt auch schon mal Das ist gut Okay Äh Übung Verteidigung Stangenwache Ich würde gerne mit Selbstverständlich Oh das würde ich auch mal gerne testen Ich möchte die Gut Also Gut dass wir so viel Kohle haben Ne Da haben wir aber nichts besseres bekommen Kannst du mir ihre Posten mit dem Schwert zeigen? Ich habe ein bisschen mit dem Schwert geübt und kenne die Grundlagen gut Kannst du mir etwas neues beibringen? Du bist ein ganz schönes Großmaul was? Na gut Zeig mir was du drauf hast Ich bin bereit Ich habe mich jetzt verdrückt aber jetzt Vielleicht lernen wir ja doch irgendwas anderes Wenn du weißt was du tust zeige ich dir den einen oder anderen Kniff Ha! Treffer! Ah Mist Ah! Ah! Au boah! Komm schon! Greif mich an man! Oh, boah, habt ihr das gesehen? Boah, was ist denn eine geile Attacke? Ich müsste mal meine coolen Attacken lernen. Ha! Treffer-Opa. Wieder ein Treffer-Opa. Treffer! Guck mal, das trainiert einen voll. Stärke gewonnen. Ha, ha. Kampf, neue Stufe erreicht. Das lohnt sich auf jeden Fall zu üben. Greif ich an, komm. Ah, ich sollte nicht schmutzig kämpfen. Jetzt, jetzt kassiert. Aber das Beste ist, wenn man beides gleichzeitig kann. Mit einem meisterhaften Schlag wehrst du den Angriff deines Gegners ab und greifst ihn gleichzeitig an. Ah, okay. Wenn ich den gleichen Schlag mache, oder was? Wenn er nicht so lange zögern würde. Siehst du? Boah. Angriff und Abwehr in einem. Gegen diese Technik gibt es keine Verteidigung, wenn sie gut ausgeführt ist. Du musst den Schlag deines Gegners im richtigen Moment abwehren und deine Bewegung an seine anpassen. Schaffst du das? Ist der Kampf gewonnen? Versuch's mal. Ich greife an, du parierst. Okay. Schön. Geil, endlich kann ich das mal. Darauf hab ich gewartet. Genau. Haha. Riposte, Junge. So ist Zeit. Genau. Geil. Ist das super. Ist das super. Das haben wir auf jeden Fall schon mal im Kasten. Leute. Das war's leider wieder von mir von Kindemcom Deliverance. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann üben wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Auf jeden Fall durch. Geil. Riposte. Super. Und bis dahin. Haut rein, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.